Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf einem weiteren Video mit mir, Ramon Köhler. Heute möchte ich über drei Tipps sprechen, die du anwenden kannst, um auf einer tagtäglichen Basis ständig motiviert zu bleiben. Tipp Nummer 1, sei dir klar über deine Ziele. Was möchtest du erreichen? Setz dir genaue Ziele, um zu wissen, wofür du arbeiten sollst. Tipp Nummer 2, habe eine tagtägliche Visualisierung. Visualisierung heißt, dich tagtäglich daran zu erinnern, durch Affirmation oder dich einfach hinzusetzen, die Augen zu schließen und nicht an deine Ziele zu erinnern, an deine Träume zu erinnern. Aber auch gleichzeitig kannst du es tun, indem du um dich herum Bilder aufhängst, motivierende Sprüche, inspirierende Sprüche, die dir dabei helfen, dich daran zu erinnern, warum du angefangen hast, warum du es durchziehen solltest und was deine Ziele sind, weshalb du das Ganze tust. Und Tipp Nummer 3, setze dir künstliche Deadlines. Setze dir eine Deadline, bis wann du ein bestimmtes Ziel erreicht haben möchtest. Ob es kleine Ziele sind oder größere Ziele, aber setze dir eine künstliche bzw. für dich eine realistische und trotzdem eine muss erfüllbare Deadline, die du auf jeden Fall anpeilen solltest, um dir Druck zu machen. Aber auch gleichzeitig wirst du merken, dass daraus auch wiederum Motivation entsteht, um das Ganze noch schneller, noch effektiver und einfach mit mehr Kraft durchzuziehen. Das sind meine drei kurzen Tipps, die du anwenden kannst, um auf einer tagtäglichen Basis motiviert zu sein. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.